So viele davon? Dodge Bonus Ja, das tut weh. Ein Man-O-War tut schon weh. Ist das nicht instant aufgeben? Ist auch so ne Sache. Ich hab sogar mit Man-O-War was abbekommen. 30 brauche ich. Stimmt, die hat ja so viel abbekommen. Ich hab meine Man-O-War. Ich hab meine Man-O-War. Nichts schlägt ein Gun-Boat im schnellen Feuern. Die Sussex, ich hab mit현awatthal. Hertha, ich hab keineSur أي 하나. pieces packaging, die sinful Trying. Ich hab keine Sequo Switch Life 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 glitches darauf, Ers ist nicht der einzige Saufen, alsoFX und Abwehrschlose. Das war sogar Scriptures zweickeln, trotzdem was das ein Problem für ihn gibt. Das war's für heute. Oh, die Blanche hat auch noch 25, das weiß ich ja gar nicht. Das ist schon ein bisschen peinlich, wenn es von zwei Frikatten und einer Brick zu nur einem Gunboat runtergeht. Ja, mehr brauche ich auch nicht. Ich brauche auch nicht das ganze Geld, was ich dadurch bekomme. Ja. 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 Da hat so viele Metallstifte auf mich geworfen, dass es tatsächlich weh getan hat. Was ist das? Was ist das? Was ist das, was ich mag? Ein Brief und eine Schatztruhe. Was ist das? 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 Interessant. Prime under control, and not a Frenchman in sight. Prime under control, and not a Frenchman in sight. Prime under control, and not a Frenchman in sight. Prime under control, and not a Frenchman in sight. Prime under control, and not a Frenchman in sight. Prime under control, and not a Frenchman in sight. Prime under control, and not a Frenchman in sight. Prime under control, and not a Frenchman in sight. Prime under control, and not a Frenchman in sight. Prime under control, and not a Frenchman in sight. And not a Frenchman in sight. Prime under control, and not a Frenchman in sight. Prime under control, and not a Frenchman in sight. Prime under control, and not a Frenchman in sight. Prime under control, and not a Frenchman in sight. Der, der, der mit den Garten! Sollen wir gehen? Ich folge automatisch. Wo hast du das? Ich folge automatisch. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Wir müssen sie einmal und für alle rauskommen. Ich mache meinen eigenen Blick. Jetzt lassen wir uns die Hände entfernen. Oh, er ist nicht mehr. Oh, er ist nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Sie haben ihn mit den Kapitän. Feuer! Leershot. Jetzt sind die Redcoats alive. Sie sind zurück. Sie haben ihn zurückgegriffen. Sie haben ihn 100x vorhin. Leer, take cover! Take cover! Sie haben die Garten. Leershot. Wir können sie nicht gewinnen. wir müssen sie nicht wegnehmen. Wir müssen sie nach terugkennen. Wir müssen sie nicht wegnehmen. Wir müssen sie wegnehmen. Wir müssen sie wegnehmen. Hm, ich würde mal behaupten, da wo das blaue Licht ist, irgendwo. Outsch! Yifkas! Du warst ein faszinierender Freund. Natürlich. Hmm. Hier drüben ist noch. Wo ist denn der Mauer? Sollte mich durchbringen. Was ist das? Ist der Out of Combat? Mother! Wenn die dumme Sau sich mal bewegen wollen würde, weißt du? Mal hier ein bisschen Aufregung durch killen. Ja. 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 Ich würd ... Ach, maan. Das ist ein Bullshit. Du kriegst du ... Ah, ja, dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Jo, jetzt rennt die auch noch da lang, was? Verdammte Axt. Na gut, solange ich parallel laufe. Jetzt willst du links abbiegen? Nee. Hab sie. Also doch. Blöde Kuh. Blöde Kuh. Ob. Ich wollte das nicht. Ich trainierte dich damit. Ich habe nichts mehr. Dann warum? Ich gebe ihm Zeit, um zu gehen. Soon Chevalier wird er auf den Weg zum Präkursor. Ich werde ihn verhören. Er wird sehen, dass du kommst. Ich werde ihn verhören. Stay out of combat. Ich will mal wissen, wie das funktionieren soll. Wenn die einen mit einem Giftpfeil versemmelt, der da so viele Probleme bereitet. So, nehmen wir den zuerst. So, der ist ein bisschen näher dran. Ach, jetzt müsste ich den eigentlich aufhalten, ne? Na gut. Hm, 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 hm. Oh, for God's sake! For God! Was denn? Sonst will der überall hochklettern. Überall! Du läufst eine Gasse lang und das erstbeste Fass, was auch nur in irgendeiner Form im Weg steht. Und auch nur in der geringsten Form in deinem Weg ist. Zack! Genau wie der Tisch hochgesprungen. Aber wenn du irgendwo hoch willst, dann springt er runter. Oder dran vorbei. Oder weiß ich nicht. Aber macht garantiert nicht das, was du von ihm willst. Ach, so lächerlich. So lächerlich. Na gut. Damit müsste ich's haben, oder? Kann ich fast traveln. So ärgerlich. So ärgerlich, dass man da nicht fast traveln kann. Aber gut. Hm. Irgendwann habe ich jetzt die komischen Menschen hinter mir. Komischerweise habe ich die blöde Tante da gesehen. Naja. Blaupausen. Wunderbar, dass ich mich hier geprügelt habe. Jetzt hätte ich nochmal zurückgemusst. Elite Wrong Shot. Brauche ich auch nur Eisen für, was ich nicht habe. Naja. Gut, was soll's. Ich glaube, ich muss den da auf dem Dach töten. Na, nicht ganz. Sabacard. Oh, shit. Oh, shit. Das ist weg. Oh, shit. I can't see him anymore. Shit, me. Hold there. Oh, man. Oh, shit. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Nein, Mann. Ich kann ihn!